Hallo Leute, ich bin's, der Weihnachtsmann. Ich wünsche euch... Was? Ich seh gar nicht aus wie der Weihnachtsmann. Hm, na, Moment. So Leute, jetzt besser? Also, ich wünsche euch froh. Was? Immer noch nicht richtig. Moment. Ich kann fliegen. Ich kann fliegen. Aber jetzt. Ich wünsche euch so... Was? Immer noch falsch. Moment, bin gleich wieder da. Wann wird's nur endlich wieder Weihnacht? Was? Immer noch falsch. So, jetzt passt's aber. Ich wünsche euch ein schönes und gesegnetes Weihnachtsfest. Genießt die Zeit mit euren Lieben, lasst euch schön beschenken und macht immer ordentlich viel Quatsch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.